Der Papst ist zurückgetreten. Wie haben Sie das erlebt? Ich habe mir Gedanken gemacht, warum er es wohl getan hat. Und ich habe mich gestern mit meiner Freundin darüber unterhalten, dass es wahrscheinlich darauf rausläuft, dass es aus gesundheitlichen Gründen ist. Aber wer weiß. Wir sind wahrscheinlich auch nicht diejenigen, die es erfahren werden, warum. Also ich fand es sehr positiv, weil eigentlich schon ein Papst bis zum Lebensende Papst und das finde ich sehr, sehr toll von ihm, dass er gesagt hat, jetzt macht mein Alter das nicht mehr mit und das finde ich einen guten Zug von ihm. Insofern klar, natürlich weltoffener, auch wirklich mal das Zölibat aufheben und hoffen wir natürlich, dass alles etwas jugendfreundlicher wird. Ich war völlig überrascht. Ich wusste nicht, dass er sich so weit schlecht fühlt, sagen wir mal so. Aber von der Sache selber bin ich nicht negativer Ansicht. Und wir haben das Stichwort Papstwechsel. Was würden Sie sich von einem neuen Papst jetzt wünschen? Modernität. Nicht stures Festhalten an altem, sondern Zugehen auf die junge Generation. Und vielleicht auch mal nicht unbedingt einer aus Italien oder Zentraleuropa, vielleicht auch mal Schwarzafrika oder Südamerika. Vom Land her, für mich spielt es keine Rolle. Hauptsache, das ist jemand, der für die gesamten Menschen einfach gut tut. Wenn jemand physisch oder psychisch nicht mehr richtig intakt ist, dass er dann zurücktritt. Dass mal so eine große Aufregung da entsteht, kann ich gar nicht richtig nachvollziehen. Sie müssen die mal die anstehenden Probleme, die die Kirche hat, mal aufgreifen. Frauen in der Kirche, Jugend in der Kirche, solche Sachen müssen die mal aufgreifen. Verhütung etc. Aber das hat er ja nicht gemacht. Er hat ja fest gesessen und hat das einfach schleifen lassen. Also ich bin ökumenisch getraut und ich wünsche mir das. Die Ökumene, also modernerer Papst, aufgeschlossener oder so wünsche ich mir. Also einfach mehr Freiheit, Lebensfreiheit oder auch so, dass die Geschiedenen ja nicht zum Abendmahl gehen können bei den Katholiken oder so. Ich meine, ich vermisse es nicht so sehr, weil ich es in der evangelischen Kirche habe. Aber es gibt bestimmt andere Leute, die das bauen, die das sehr vermissen. Also das wäre schon mein Wunsch. Ich finde es gut, dass wenn jemand merkt, dass er nicht mehr kann, dass er einfach auch als Papst zurücktritt und nicht endlos leiden muss. Also ich denke, er hat es verdient auch noch vielleicht ein paar ruhige Jahre. Ich hätte gerne einen Nicht-Europäer, einen Afrikaner oder Südamerikaner oder so. Das fände ich mal cool für die Kirche. Was glauben Sie, was das ändert für die Kirche? Ja, vielleicht, dass einfach ein bisschen frischer Wind in den alten Mauern weht.